Wie sie aussehen, brauchen sie Kaffee. Was bist du verdresslich, mir gestimmt? Muss weit meine Männer leben. Füße hoch, ich wisse dir. Welch ungemach ich da nur wieder vor. Ich bin Generalinspektor. Jawohl, Herr Generaldirektor. Das Geld, das habe ich verprasst. Für den Bruckhardt und den Dammaschd. Haben sie mir die Art, was zu bieten? Der Feuerstuhlchen hat zu bieten, zu bieten. Und der Kaiser, der hat nichts anderes zu tun, als sich jeden Tag neue Kleider anzuschaffen. Mein Bus war jetzt verschwunden. Und dann, dann haben wir sie verfolgt. Und dann, dann haben wir sie. Nicht mehr gesehen. Jesus Maria, was hat Leben vorliefert? Gute alte Brigitte. Jesus Maria. Scheine Mäste in der Kaiser. Es lebe hoch, der Kaiser. Es lebe hoch, der Kaiser. In seinen herrlichen Kleidern. Die Zeichen Schiene. Die Brissenergie. Jutta, es funktioniert, es funktioniert. Der Kaiser ist ja nackt. Ein kleiner, junger Arer schreibt. Nackt ist der Kaiser. Wo ist denn gleich? Was wartest du? Lass uns das Mutterkleid dann schnell holen. In welche Angelegenheit. Im Normalfall gibt es bei mir keine Audienz. Außer sie können mich mit wunderbaren Kleidern beglücken. Liebe Frau Brigitte, sie haben mir sehr geholfen. Sie sind sehr tüchtig. Nie wieder soll das Elend walten unter meiner Herrschaft. Er kam in unsere Welt. Und dann, um ein schöner Gelegenheit wieder. Alle, die sich nicht so gut sind. Ihr lebe hoch! 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 Und dann, um ein bisschen zu schnauze. 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 Vielen Dank.